dort und das hier nicht lebt kommt auf der Grunde genommen und das ist das ist wie wir aufs Leben über hält und so gut sie haben die 100 und 80 hat er die Schöpfe ich bin er macht das schon nicht wie so lange in die nächste eine kommen neue Worte an der wenigstens aus dem Medien bis in TNT gibt ich gebe dir TNT ich muss aber noch eben kommen ich gebe dir gleich TNT ok, das finde ich schön, dass du es mir gleich gibst dann kommt der nächste Boss komm, fuhray bei dem nächsten Fail mach ein letzt Fail ja, der Boss war auch echt hart, also der erste dem konnte man nicht ausweichen, dem ersten und er war hässlich ja wird er jetzt was sagen, aber und er war hässlich und ihr habt vergessen zu fooden beziehungsweise eine Tränke zu und er war hässlich ok, also der Himmel färbt sich jetzt schon gelb und diese fucking Soul Eater Missgeburt kann man mit den Bomben überhaupt irgendwas ausrichten, Dani? nein, nein, ich wollte dich töten aber das tötet mich nicht ich überlebe das ok, komm, geh runter nee, du hörst dann irgendwie drei Bomben oder Dynamit oder sowas klar häng dich erstmal ein Stückchen runter da wo ich bin äh, gib mir am besten einfach das Dynamit ok hast du? ja, hast du nur drei Stangen drei müssten es sein nur? ah, ok, dann müssen wir gucken, dass wir damit durchkommen diese Ritze da, genau, perfekt Ritze, haha ok, ganz knapp noch einmal vorsicht du Sprengmeister, Dani oh a horrible chill goes down your spine oh ich hab Muskete wie du hast Muskete? das hier ach so, Waffe, ja, dann cool, dann haben wir bald, äh, Arm, Arms Dealer kommt dann bald also NPC bei dem können wir einfach drauf macht aber nur 4 zu schauen wir brauchen noch mehr Platz im Haus, glaub ich geil, können wir dann endlich so scheiß Dinger wegschießen äh, so Slimes geil aber das bringt kaum Damage das ist nur 4 zu Damage und das Slow Speed geht das durch Gegner durch? ne, oder? äh, wir brauchen mehr Dynamit aber wir haben kein Geld ja, ich hab noch drei Stangen ach so gut ähm, dann gehen wir einmal hier da müssen noch zwei andere Orbs sein in den zwei Löchern hier jeweils ja und dann kommt der Endboss geil der Endboss vorsichtig, bloß nicht verrecken, ey ja weil den können wir wirklich nur zu dritt schaffen so, hier ist der eine Orb warte, ich schmeiß dir mal Dynamit hin geh mal hoch mal wieder knapp na toll so so ja, ich hab noch einen hier, komischerweise hier hol ihn ah, fuck warte, jetzt ja, cool ja, leg ihn einfach hin, verdammt jetzt nur einen? ja, äh, warte, ich kipp dir die drei gleich auch wenn wir überall mit, äh, zwei Stück durchkommen, reicht das ja jetzt ja danny, platzier ja huää haa das war knapp so Scream Asher around you ball of heart Geil kann der mehrere Gegner treffen? was? 15 damage wie viele Gegner kann der treffen? achso, oh lol, der ist richtig geil ja genau, mehrere ich geb dann irgendeinen von euch die Musket, ich hab so viele Waffen ja, du bekommst immer die OP-Dinger aah es liegt daran, dass ihr so langsam seid das Ding explodiert, ich weiß, da kommt was, also hüpfe ich sofort runter aah scheiße nein, ich kann dich behalten ich komme, ich komme, ich komme ich versuch das Ding jetzt mal aus in your face was mit der Muskete? ja aber dafür brauchst du Munition ne doch ne doch, das verbraucht Munition lol, damit kann ich die Dinger öfters treffen mit dem, äh, Ball ja, wenn du immer triffst so äh, lass hier runter ok ich will hier auch ich will auch ich will auch oh mein Gott, hier ist ein Kackwurm, Hilfe ich hab das TNT alles so gut oh no fahrt was der Wurm ja wo ist der denn? da ist er ja ähm, ja ok, mein Himmel wird orange ups gut gemacht, Tom ich bin dumm ja oh yeah ziemlich man, Dreck ja ok, kommt Clemy hier jetzt kann uns Tom keine, äh, Ding keine, äh, keine Klau ich freue mich ich muss, heute, Klau sofort huh ist das für ein hässlicher Wetter ah, wir müssen recht zu dem Ding da kommen wir heute dran ich hab schon die Idee wie wir das machen ah, hier unten ist einer Ja, lol, auf der Seite ist auch einer. Nacht beginnt. Oh nein! Scheiße, ich hab das Knie beschenkt. End of World's Hath of War... Oh mein Gott. Eater of World's Hath of War... Junge, mit meiner Waffe mach ich dem übelst viel Damage, Alter. Ich mach' ihn kaputt, ich mach' ihn kaputt, ich mach' ihn kaputt! Ah cool, ich hab' ihn mal Down, also. Dorn, ich helfe dir und nicht sterben, nicht sterben. Cool, ich hab' ein Spelldingen zu bekommen. Aha. Damit kann ich Dorn beschwören. Leute, du sieht der Boden jetzt auf einmal so scheiße aus. Ich mach ihm übelst viel Damage, Alter, mit meiner Waffe, das ist krank. Loll. Loll. Wieso sieht der Boden so scheiße aus? Ja, ich komme, wenn ich... Ja, ich komme auch, tut mir leid, dass es keine Pegasus Stiefel hat. Und ein Spiegel. Und eine immerwaffe. Ach, so ein Spiegel würde dir etwas was bringen. Also, ja, natürlich. Ich hab' meinen Spawnpunkt ja da hinten gesetzt. Ich hab' schon mal einige Teile seines Körpers zerstört übrigens. Okay. Ach, den könntest du, den Körper kannst du zerstören. Naja, natürlich auch und zieht mir noch mehr Leben. Nix Dinger. Äh, sind bei euch auch so viele Zombies und so? Ja. Ich komm' gar nicht vorwärts. Deswegen muss ich jetzt eiskalt den Trank nehmen. Na, muss ich gerade auch schon. Hab' ihn wieder halbiert. Wo ist er? Da ist er. Oh, pfuh. Pfuuu. Bald ist er down, Alter. Der hat nur... Siehst du, was für ein Damage ich dem mache, Alter? Oh, pfum. Ich bin down gleich. Ah, Dreck. Er ist noch übelst kurz. Wow, was geht hier ab? Er ist noch übelst kurz, Alter. Halt ihn um. Das ist... Alter, der haut so Damage rein, das ist so abnormal. Alter. Dani, halt durch, ich halte euch. Heal dich, heal dich. Heal dich, Alter. Was bist du hier denn gestert? Schnell, man muss er 50 geben. Nein. Wo ist er jetzt? Ich hab' sorge, der kommt zu euch. Ja, das ist geil. Oh, Mann. Ich hab' ihn fast besiegt und dann krepiert ihr. Hier ist er, hier ist er. Wir haben da nicht so viel Leben wie du. Das sind zwei Stück, Alter. Oder drei. Ja, eben. Wir haben so viel Life wie du. Da ist er. Ah, der kommt. Weil du teilst ja deine Herzcontainer nicht. Ah, gerade eben als ich was trinken wollte, ey. Der macht mir aber nur 6 Damage, Alter. Ich hab' ganz viele Obsidian-Dinger drin bei mir. Oh, ich hab' hier einen Wurmteil. Alter. Ich hab' einen besiegt. Hier ist auch einer. Nummer zwei down. Alter, der hockt grad' in unserer Base. Ich hab' schon zwei Teile besiegt, Alter. Jetzt, die werdet ihr jetzt wohl down kriegen. Ja, und hier sind noch fünf Stück, Alter. Ah, komm mal in die Base. Ja, sobald ich hier meinen Teil besiegt hab'. Mann, hey, da oben ist ein Stern, Tom. Ganz auf dem Dach. Rechts oben ist ein Stern, wenn du einen brauchst. Mach' ich. Hol' ich mir gleich, Alter. Ich musste hier nur grad endlich besiegen. Ich brauch' den Stern, ich muss meine Mana aufladen. Boah, das solltet ihr grad sehen hier. What the fuck. Ich glaub' ich hab's gleich eine Dauer. Let's play. Nein! Nicht schlimm, der kommt zur Base. Und ihr holt jetzt das ganze Loot, Alter, ihr Penner. Schaut euch an, was da für'n Berg liegt. Ich hab's... Ach so, ja, okay. Ja, hol' das mal, alles. Ich mach' mal den Gegner hier Platz. Das ist übelst viel Dämonit, Erz, Junge. Äh, der letzte droppt, aber... Ja. Ah, boah, Alter, das ist echt gut. Da hab' ich ihn. Warte mal, nicht aufheben, nicht aufheben. Bam! Shadow Scale Mayor! Yay! Du kriegst meine Silberrüstung, Clemy. Danke, dass du's nicht aufgehoben hast. Du bist sehr nett. Clemy. Er ist ein Verräter. Der Meteorite has landed. Geil, wo landet der jetzt? Jetzt müssen wir den nur noch suchen. Ich hab' nur 79 Dämonit, Erz, Alter. Äh, wir können den Meteorite eh nicht abbauen. Wir brauchen eine bessere Pickaxe. Ja, ey. Aber wir können das mit TNT abbauen. Ja, ich kann mal schauen, ob wir das mit der Dämonit-Pickaxe machen können. Wie viele Dämoniten hast du? Ich hab' 79, Dani. Äh, 64. Ja, wenn wir das... Nee, das ist... Das ist Shadow Scale. Ja, ich glaub' ich sollte euch noch mein Ding geben. Boah, hab' ich... Was kann man mit der Scale machen? Was? Äh, damit kann man... Weiß ich nicht. Ich glaub', damit kann man entweder beschwören, oder... Ja, ich hab' mir mal noch einen hingelegt. Ah, das ist ja echt heftig, ey. So, ich bin mal eben weg. So, ich hab' mir mal zwei Dämonit-Bars gemacht. Ja, gib' mal noch deine Dämonit-Bars. Ich hab'... Ich kann nur die Waffen herstellen im Moment. Ja, ich hab'... Ja, ich kann nix machen, außer die drei Waffen. Äh, damit kann man auch, glaub' ich, nur Waffen machen. Bow, War Axe und Light's Bane. Die drei kann ich herstellen. Äh, mach' mir mal auch einen Light Bane. Willst du keine War Axe? Äh, ne, Axe benutze ich nie. Okay, da ist ein Bane. Okay. Ich mach' mir jetzt aber noch eine Axe. Krieg' dann eventuell auch Claymie. So, ich verkauf' jetzt die ganzen Edelsteine. Guck' ich jetzt drauf. Geil, Mann. Der Bosskampf war geil. Yo. So, wieder da. Claymie, du kriegst von mir gleich eine geile Waffe. Irgendeine. Okay. Geil. Ich verkauf' mir den ganzen Müll, den ich hab'. Die ganzen Kupfer-Barrenhau' ich auch mal raus, Eis. Das brauch' ich ja nicht. Bücher verkauf' ich jetzt mal. Iron Bar, brauch' ich vielleicht noch. Rotten. Shit, brauch' ich nicht. So. Ey, Claymie, brauchst Goldschwert? Äh, ich hab' eins. Okay. Äh, Mud brauch' ich noch. Mudblock brauch' ich auch noch. Körper Org. Äh, dein Dirtblock, den Scheiß brauch' ich nicht mehr. Silvan. Wo war jetzt ein Stern? Hast du einen Stern aufgehoben, zufällig, Claymie? Daniel hat ihn. Ja, ich hab' ihn. Shadow Scale. Braucht es eine von euch? Ja, gib's einfach mal. Nee, gib's einfach mal. Gib's mal gleich mir, vielleicht kann man damit kombiniert was herstellen. Und Dämonid. Oh, könnt ihr von mir auch gleich haben. Gib's einfach mal unten in die Truhe. Ja, ich tu's einfach mal unten in die Truhe. Ja, ich tu's einfach mal unten in die Truhe. Ja, genau. Das hier den Scheiß und das hier den Scheiß-Stein. So, Linse tu ich auch gleich rein. Habt ihr schon meinen tollen Spell gesehen? Okay. Ähm. Komm, komm mal her. Kannst du mir gleich mal diesen Stern-Splatter geben? Das ist auch mein erstes Mana. Ich brauch' nur einen noch. Ja, eigentlich wollte ich dafür Mana. Also, damit kann man Mana aufladen, aber okay. Hier, guck mal mein Spell. Mana Crystal Sekunde. So, ich hab' 20 Mana. Zeig' mal. So. Wenn der Monster reinrennt, bekommt der permanent damage, bis das Ding verschwindet. Nice. So, ähm. Damit hab' ich grad den Wurm fast down gemacht. Ja, mit meinem Ding hab' ich auch, äh, Clemy. Hm. Schau' mal. Ja. Ja. Du hast grad ne Axt bekommen. Okay. Könnt ihr mir mal schnell das Dämonit und das, äh, Scale-Ding ins Geben? Hab' ich schon in die, äh, in die Troje gepackt. Danach Obsidian kriegst du auch, äh, Shadow-Scale. Clemy, du hast das grad alles bekommen. Ja. Moment, ich gib's dir. Ich will ne, ich weiß nicht, ob man mit der Shadow-Scale irgendwas machen kann. Obsidian packe ich eben auch mal gleich mal in die Ding hin. Ich will Dämonit zuerst. Habt ihr noch? Ja.